Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier den Pujan und ich bin der Saji und wir unterhalten uns heute über den 5. Juni. Richtig. Der 5. Juni hat auch ein Geburtstagskind. Genau. Und das ist heute... Wer denn? Hoppla. Falscher Knopf. Hahaha. Ja, Technik. Der heutige Geburtstagsbub ist Mark Wahlberg. Herzlichen Glückwunsch, Marky Mark. Mark Wahlberg. Marky Mark, genau, heute ja bekannt als Schauspieler und zu unserer Hochzeit, also wir hatten keine Hochzeit, aber wir hatten eine Hochzeit, wo wir Teenager waren. Wie lange ist das hier? Da war Marky Mark eigentlich... And the Funky Bunch. Ja, genau, der ist ja auch immer mit solchen US-Hosen dann irgendwie rumgelaufen. Genau, und die Calvin Klein Boxershorts hat er drüber gelassen. Ja, ja, und hat dann immer die Hose runtergelassen bei jeder Show oder sowas. Und das war so das Riesending, dass er immer die Hose runtergelassen hat und dann die Boxershorts zu sehen war. Lange Zeit sah es so aus, als ob er sein Dasein im Schatten seines jüngeren Bruders darben müsste. Stimmt, weil... Denn der war Teil der ersten großen Boyband-Group New Kids on the Block. New Kids on the Block, genau. Und er war der Bruder. Genau. Und dann hat er angefangen und die hat sich gedacht, oh, was will der denn, eine Piefke? Und dann hat er, yo, 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 ich bin der weiße Rapper, yo, guck mal in der Unterhose, yo. Ja, guck mal in der Unterhose. Guck mal in der Sixpack, yo. Und dann ist der aber richtig durchgestartet als Schauspieler. Aber ich finde ihn gar nicht so doll als Schauspieler. Nein? Kennst du die TED-Filme? Haben mir den Arsch weggelacht. Nicht verstanden? Unsere beiden Filmgeschmäcker sind sowieso so, ja? Also TED ist der letzte Rotz, ehrlich. Und TED 2? TED ist super. Äh, TED 2 ist super, ja, ja. Der zweite Teil ist klasse. Aber der erste Teil, nee! Bei Departed hat er noch mitgespielt? Der war auch scheiße, der habe ich im Kino gesehen. Das ist auch mit Jack Nicholson und Leonardo oder sowas, ne? Genau. Ach, hör auf, Rotz. Habe ich mich gelangweilt im Kino. Okay. Wurde er noch mitgespielt? Der hat bei Sniper mitgespielt. Sniper, was ein Scheißdreck, ehrlich. Was ein Scheißdreck, ja. Können wir uns darauf einigen, dass er auch bei sehr vielen Filmen gespielt hat, du nur sehr wenige kennst, aber die alle nicht magst? Alles Kacke. Gut, also, Tag, herzlichen Glückwunsch zum Rotz. Am 5. Juno 2007 kam auch eine Statistik heraus, eine Bevölkerungsstatistik. Und in dieser Bevölkerungsstatistik wurde herausgegeben, dass die Bevölkerung in Deutschland um 123.089 gesunken ist. Das heißt, wir sind weniger geworden? Wir sind weniger geworden, genau. Ja, es war niedrige Geburtenrate war der Grund und das Auswandern der Menschen. Okay. Ja. Ja, schade, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber am 5. Juno ist auch herausgekommen, dass zum Beispiel der Aids-Virus wurde bekannt. Am 5. Juno, das war 1981. In den Vereinigten Staaten wurden die ersten Fälle da irgendwie klar gemacht. Hat man eigentlich mittlerweile herausbekommen, was die Ursache des Aids-Virus ist? Also, die Theorie, die ich kenne, ist, dass da irgendwie von Affen übertragen wurde auf Menschen und dann hat das die Runde gemacht. Ich kann es nicht sagen. Schöner Schied. Schöner Schied, genau. Ja, vielen Dank, du blöder Affe. Das ging an dich. Habe ich mir gedacht, ja. 5. Juno, Nationalfeiertag auf den Seychellen. Und zwar ist das der Tag der Befreiung. Der fand nämlich 1977 statt. Coole Flagge, oder? Ja. Wie sind die wohl da drauf gekommen? Ja, genau. Alles nur Männer und... Wieso alles nur Männer? Naja, wegen den Regenbogenfragen. Ist egal. Oh, so weiter habe ich mir gedacht. Und 1975 hat auch mit einer überwältigenden Mehrheit Großbritannien dafür gestimmt, in die europäische Gemeinschaft, in der europäischen Gemeinschaft zu verbleiben. Aha. Ja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, genau. Komm mal her, Union Jack. Union Jack. Union Jack. Wie setzt der Union Jack zusammen, weißt du das? England und Schottland. Und? Und Irland. Oh, Irland, das wusste ich nicht. Ja, aber Irland kam noch dazu und dann sieht es, so war der Union Jack zuvor. Genau. Und als Irland da hinzugekommen ist, dann sind die Streifen so ein bisschen verändert worden. Die Diagonalstreifen sind dazugekommen. Richtig, genau. Richtig, genau. So setzt sich eigentlich der Union Jack zusammen. Sehr, sehr viel Wissen, das wir heute hier bei Shogi Benoki Daily zusammengetragen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid morgen wieder mit dabei. Am 6. Juni. Schaltet ein und macht euch wieder schlau. Bis dahin. Haut rein. Tschüss, wir sehen uns, Sophie.